Servus und Hallo, ich melde mich heute am 11. Dezember zu unserer nächsten Ausgabe von unserem Steckengeflüster. Ausgabe, ich habe schon gar nicht mitzählt, 5677 oder ich glaube die sechste Ausgabe. Macht nichts, wir haben heute Weihnachtsfeier. Unsere Berater, unsere Trainer sind alle da und wir sind heute beim Hannes. Der Hannes Pfalzenböck hat ein Lokal in der Ethikstraße 9 in Neuhausen und das ist ein absolutes ZD-Lokal, zumindest für uns Sportler. Da haben wir nämlich auch unsere MGM-Abschlussfeier drin gehabt, ganz klar und schnucklig und ich freue mich jetzt wahnsinnig drauf auf unseren Abend. Ihr werdet jetzt gleich noch auf dem Video den Hannes kennenlernen und unsere Trainer und wie wir uns da ordentlich besprechen und auch feiern, aber was das Beste ist vielleicht die Auflösung, warum das ihr blaue Mützen auf der Bucarode. Nikolaus ist vorbei und heute haben wir den 11.12. deswegen habe ich auch blaue Mützen aufgelöst. . . . . . Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020